Den Felix Schreiner kenne ich seit vielen Jahren. Das ist ein engagierter, toller Politiker, der im Landtag von Baden-Württemberg die Interessen insbesondere des südlichen Schwarzwalds tatkräftig vertreten hat. Er ist jung, zukunftsgewandt, er ist innovativ, er unterstützt mich etwa in dem wichtigen Bereich der Digitalisierung und er ist ein sehr durchsetzungsfähiger Verkehrspolitiker. Ich freue mich, wenn er seine Arbeit jetzt im Deutschen Bundestag fortsetzen kann für Baden-Württemberg, für den südlichen Schwarzwald. Und wenn er ein super Wahlergebnis bekommt, dann geht der Felix ab wie eine Rakete in Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017